Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 28. April 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 997. Und heute sind die folgenden Themen mit dabei. Fitbit, Teamviewer, Apple Music, Podcast Abo, Spotify Player, Apple Clips, Fritz Repeater 3000 und 2400, Brava Jet M6. Das erste Thema ist Fitbit. Die Marke, welche von Google aufgekauft wurde und mittlerweile durch alle Regulierungsbehörden und wie heissen die Dinger, abgesegnet wurden, unter anderem zuletzt im Märzen der Europäischen, ist jetzt durch und Fitbit wird immer mehr integriert. Wenn man auf der Fitbit-Seite nachschaut oder auch bei Google, sieht man, dass da auch schon einiges geht. Neu ist jetzt auch, dass ein Hinweis kommt für alle Nutzer, die sich bei Fitbit mit einem Login von Facebook einloggen, also mit den Daten von Facebook. Das sollte man sowieso nicht machen, weil es genügt ja schon, wenn Google die ganzen Daten hat und dann nicht auch noch Facebook. Aber eben, nebensächlich, das geht nicht mehr lange, das hat Google jetzt die Kunden informiert und informiert auch generell auf der Webseite. Das heisst, man sollte sich das Login merken, Passwort und E-Mail-Adresse und da, mein Tipp, gleich ein starkes Passwort verwenden und eine sichere Mail-Adresse. Ob das in Zukunft so bleiben wird, dass es nur noch Google-only geht und eben der Mail-Zugang oder ob Facebook vielleicht wieder zurückkommt. Ich glaube eher weniger, wenn man nämlich die ganzen Google-Produkten anschaut. Nest wurde ja auch wieder mal zurückintegriert und da ist ja auch alles rausgeflogen, bis auf den Google-eigenen Zugang. Ich bin sehr, sehr gespannt. Weiter geht es mit TeamViewer. Da gibt es schon länger eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, wenn man das Ganze nutzt. Was jetzt neu dazu gekommen ist, ist die Verbindung, die man mit einem Fremden oder auch einem Bekannten aufnimmt. Auch die kann jetzt mit einer 2FA-Verschlüsselung oder zusätzlichen abgeschützten Möglichkeit erweitert werden. Finde ich gut. Zwei-Faktor-Authentifizierung ist immer praktisch. Dann gibt es Neuigkeiten zum Streaming-Dienst, und zwar Musik-Streaming-Dienst Apple Music. Die führen nämlich jetzt die City-Charts ein. Was ist das genau? Apple bringt für diverse Städte lokale Charts. Das heisst, Leute, die in dieser Stadt wohnen, hören genau diese Musik. Und das in der Top 25 jeweils. Wer sich jetzt denkt, der Martin hat gleich nachgeschaut. Ne, ich habe es gelesen, bevor ich es hätte ausprobieren können. Natürlich gibt es für Bolken, die Megacity, keine Charts. In Deutschland, wie es in der Schweiz genau ist, muss ich noch herausfinden. In Deutschland ist es aber so, Berlin, Frankfurt, Köln, Hamburg und München sind mit dabei. Also Achim mit Dortmund und der Mike mit Heneff schauen da leider auch in die Karten oder auch immerhin. Zumindest der Mike könnte ja, der ist ja Nutzer vom Ganzen. Wer kein Apple Music Abo hat und dennoch schauen möchte, wer zum Beispiel irgendwo in China oder in den Staaten, was da so gehört wird, einen Link dazu, wo ihr die ohne Apple Music Abo anschauen könnt, werde ich euch hinterlegen in den Shownotes auf daily.geektalk. Aber wenn ihr möchtet, natürlich auch direkt im Podcatcher eures Vertrauens. Dann geht es weiter mit einem Podcast Abo. Und nein, es geht nicht um das Podcast Abo, was Apple gezeigt hat. Jetzt geht nämlich Spotify noch hinten nach. Ist immer einfacher, wenn man erst im Nachhinein kommt und dann kann man auch in gewissen Dinge anpassen. Spotify bringt jetzt auch ein kostenpflichtiges Abo. Wie genau das funktioniert, das weiss man noch nicht im Detail, logischerweise. Was aber sicherlich ist, es startet zuerst in den USA. Im Gegensatz zu Apple, was ja in 170 Ländern direkt zum Start noch im nächsten Monat soweit sein wird. Dann weiss man, dass man dafür die Anchor-Software oder die Software-Plattform nutzen muss, um das Ganze zu erstellen. Das heisst, man ist ja schon mal an Spotify logischerweise gebunden und muss die Richtung nutzen. Da bitte denkt daran, dass ihr das Ganze auch öffentlich für andere Plattformen zugänglich macht. Und ja, Shownotes geht leider nicht, aber ja, Anchor, Spotify halt. Zusätzlich oder in der Plattform kann man dann einzelne Sendungen oder Episoden, besser gesagt, markieren als kostenpflichtig. Und die sollen, und das klingt wiederum spannend, nicht nur in der Spotify-App verfügbar sein, sondern auch in anderen Podcatchern. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze funktionieren wird und umgesetzt ist. Was haben wir noch für Neuigkeiten? Spotify sagt, dass das in den ersten zwei Jahren, sprich in den ersten 24 Monaten für einen Podcast-Host nichts kostet. Das soll kostenlos sein. Die Einnahmen sollen zu 100 Prozent zum Hoster gehen, also einen Podcast-Host gehen. Da möchte man natürlich Apple was entgegenhalten, wo Gebühren fällig werden. Ab 2023 plant Spotify aktuell, sagen sie, fünf Prozent von den Einnahmen einzunehmen. Wir dürfen gespannt sein, wie das Ganze dann schlussendlich kommt und sich entwickeln wird. Auch gespannt sein dürfte man, wann Schweiz, Deutschland, Österreich und viele andere Länder mit dazukommen. Und wie gesagt, das startet erst in den Staaten. Spotify hat auch eine Kooperation vor kurzem angekündigt mit Facebook. Und das geht jetzt langsam ins Rollen. Nämlich könnt ihr den Spotify-Player direkt in Facebook integriert haben. Das heisst, wenn jemand ein Musikstück teilt, könnt ihr das direkt da drin anhören, ohne die Facebook-App zu verlassen. Das geht anscheinend auch mit Podcasts, aber auch hier funktioniert nur in den Staaten. Weitere Länder sollen irgendwann dazukommen. Wer möchte, kann sich damit noch mehr in die Fänge von Facebook begeben. Der war jetzt böse. Dann gibt es Update in der App Apple Clips von Apple, logischerweise. Die bringt jetzt nämlich zusätzliche AR-Funktionen mit rein. Wer ein iPhone mit einem LiDAR-Scanner hat oder auch ein iPad, das das kann, das sind die iPad Pros zum Beispiel, der kann damit mehr Möglichkeiten Raum ausmessen und dann lustige und coole Effekte mit reinbasteln. Solltet ihr ein Hörer oder Hörerin so ein iPhone oder ein iPad haben und die Apple Clips-App nutzen, ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal so zwei, drei Beispielbilder dazu zusenden könnt. Ich würde mir das gerne mal ein bisschen genauer anschauen. Aus Mangel eines passenden Gerätes kann ich das nicht selber tun. Auch gibt es die Möglichkeit, dass man jetzt via Push-Meldungen sich über neue Funktionen informieren lassen kann. Das wird meine Mädels freuen, denn die nutzen die App zwischendurch immer wieder mal gerne und freuen sich, wenn da neue Funktionen mit dazukommen. Neuigkeiten gibt es auch von AVM. Die haben jetzt, und jetzt bitte ein kleiner Spoiler-Hinweis, es geht um Laborversionen. Der Fritz Repeater 3000 sowie der Fritz Repeater 2400, die bekommen eine neue Laborversion. Wieso erzähle ich das? Weil ich solche selber habe und nutze, auch bei meinen Eltern und bei meiner Schwester im Einsatz habe. Was haben wir hier für Neuigkeiten? Es sind Kleinigkeiten, die behoben wurden, die vor allem im Bereich des IPv6 mit Videostreaming zu tun haben. Aber auch beim normalen Wechsel zwischen 5 GHz und 2,4 GHz Band und bei Neuverbindungen. Da hat es anscheinend gewisse Abbrüche oder Verzögerungen gegeben. Wäre mir kein wirklich aufgefallen, aber das liegt natürlich immer, ja, es ist gefixt für all diejenigen, die das Problem haben und auf die Labor setzen, logischerweise. Zu guter Letzt habe ich noch einen kleinen Hinweis auf das neueste Video im Pogipsi-Network. Der iRobot Brava Jet M6, ein Sprühwischroboter. Da habe ich ein kleines Unboxing-Video gemacht. Nächstens folgt dann auch das finale Test oder mein Fazit-Video dazu, weil den habe ich jetzt schon mehr als ein halbes Jahr im Einsatz und der gurkt fleissig bei uns rum und putzt den Boden. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich habe heute wieder mal ein bisschen früher aufgezeichnet. Sollte am Abend noch was gekommen sein, tut es mir leid, dass nicht drin ist. Ansonsten euch einen wunderschönen Start in den neuen Tag und wenn ihr mögt, gerne morgen wieder. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.